Hallöchen YouTube-Netzig willkommen zu einer kleinen Bug-Vorstellung. Und zwar, jeder der sich mal so fühlen wollte wie ein YouTuber oder wie ein Moderator oder so. Ich glaube jeder kennt das Spielchen mit der Community und der geilen Bühne. Irgendwie stehen da immer, wenn sobald da irgendwie Mods oder YouTuber oder so hier sind, gehen die meistens immer auf diese tolle Bühne. Dann denkt man sich immer so, ja geil, ich möchte auch irgendwann mal draufstehen können. Und so weiter und so fort. So und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man da trotzdem auch selber zumindest ein Screen machen kann. Man kann da zwar für nicht viel machen, aber man kann sich zumindest für ein paar Sekunden so fühlen wie ein YouTuber und ein Screen machen und allen zeigen, dass man auf der YouTuber-Bühne war. So, wie das Ganze geht, ihr seht schon, ich habe hier Desktop-Aufnahme gemacht, USB, hier ist gerade Action, bla bla. So, wir machen jetzt mal nachher hier unten alles. Ihr seht hier, ich komme hier nicht durch, weil ich nicht die Rechte dazu habe. So, dann geht ihr einfach hier unten hin, trennt euch von eurem WLAN, rennt durch, weil das dann nicht mehr angezeigt wird. Und dann könnt ihr einfach ein Screen machen. Ganz viele tolle Screens. Und ja, jetzt gleich timet ihr wahrscheinlich. Ich verbinde mich jetzt einfach mal wieder mit WLAN. So, und jetzt haben wir hier die Screens irgendwo. Können wir uns das mal angucken. Ach ja, ohne das Plus natürlich, brav. Ohne das Plus. So, Minecraft. Screenshots. So, wo sind sie? Da haben wir sie. Ja, und da seht ihr, ich war auf der YouTuber-Bühne. Ist zwar jetzt nichts Tolles, aber man kann da schon Spaß dran haben und Leute mit verarschen. Und ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich haue jetzt hier sofort das Thumblay raus. Mach das noch im Video. Wird jetzt mal nicht allzu groß. Ach, in der Community, in der Community kommen. Gut, das war ein bisschen zu groß. So, what the fuck. Äh, zentrieren. Okay. So, jetzt seht ihr auch mal schön, wie ich hier meine Thumbnails mache, wenn ich mal welche mache. Alles schön Gimp, weil ich noch ein Random bin. So. Ist nichts Großartiges. Na, jetzt müsste ich hier die ganzen Es und alles noch ausfüllen. Naja, ich mach's jetzt einfach. Weil ich gerade die Zeit dazu habe. So. Und wie ihr seht, ich exportiere es jetzt mal sofort auf den Desktop. YouTuber-Bühne. So. Und ja. Eigentlich ein toller Screen. Und wir waren auf der YouTuber-Bühne. Könnt ihr mal ein bisschen meine Freunde angeben oder so. Keine Ahnung. Oder sagen, euch hat ein Mod da hochgezogen, weil ihr den so gut kennt. Oder keine Ahnung. Habt Spaß damit. Ich weiß, es ist nichts Großartiges. Es ist auch Langeweile entstanden. Also wundert euch nicht. Bis zum nächsten Mal. Und tschö, mädö. Tschö.